Garou Mark of the Wolves Hier habe ich gerade das Main Theme von Kim Dong Han angemacht, denn wir machen heute seinen Story Run. Der zweite Sohn von Kim Kap Wan. Ja komm, hauen wir ein bisschen auf die Fresse. Und der hat Blitze, was aber auch ziemlich cool ist. Style Original. Ja, die Janet kämpft sehr eigen, aber ist trotzdem cool. Bam, 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 bam. Ja, Kim Jae-Hoon hat mehr so, sagen wir mal, Freestyle. Aber sie hat mich auch erwischt. Und da ist er. Da ist er. Kap Wan. Ja, weil Kim Dong Han ist an sich sehr verschwenderisch. Er ist ein Natur-Talent, was den Taekwondo-Stil angeht. Aber ja, kann man sagen, ein bisschen spielsüchtig ist er. Und faul. Round 1. Fight! Er hat's nicht so mit Disziplin. Oh Mann, Alter. Oh Mann. Ach, komm schon. Ach ja. Die kleine Hotarway. Fight! Auch komm. Ach komm. Ah. Komm schon. Ja. Bin nicht so hammergut mit ihm, aber mag trotzdem mit ihm, mit ihm gern spielen. Ein guter Konter. Oh Mann ey. Ah. Hatte ihn mir jetzt schon fertig gemacht ey, Hammer. Ja, würde ich sagen, dann ballern wir jetzt schon. Und dann lassen wir doch ein bisschen die Power. Okay. Come on. Wuhu. Okay. Das ging doch besser. Warum nicht gleich so. Ballern, Baby. Mann, das hat er erst in Continue gebraucht. Ja, ein bisschen einspielen muss ich mit ihm. Ich spiele ihn nicht so oft. Ah ja. Kennen wir schon. Oh Gott. Oh ja, mein Lieblingsfilm. Aus dem ganzen Spiel. Kevin Reigns. Super cool ey. Oh Mann ey. Er ist sehr, also er ist sehr agil, was das angeht. Deutlich agiler als, äh, sein Bruder. Boom. Alter. Gott, das ist so cool ey. Das ist so richtig wucht ey. Alter. Blood Kushner ey. Der harte Typ. Ich glaube, er ist auch der, der Beste im ganzen Spiel. Yo. Geht schon gut los. Ja, der agiert nur. Ach, gut, dass er, ähm, gut, dass er überall Attacken fasst hat. Boah, mal da. Boom, Alter. Ey, das ist so krass. Impact ey. Oh Mann ey. Ja, ich glaube, 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 wird er erwischt vom Pfarrer. Disziplin. Freeman, original. Natürlich. Freeman, Freeman kämpft auch nicht. Mein nicht liebster Charakter in dem ganzen Spiel. Fight! 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 � Fight! You! graduates! Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, natürlich gegen Bruder, Kim J-Horn. You made it to the semifinals, that's my bro. Match, I work my butt off. So what, I am without practice? Enough prattle, bring it on bro. Sehr locker drauf. Ah! Alta! wo er geht das schnell er kim kim jay jay hun ist auch eine ganz andere nummer form alter kick ah da war p power aber ich glaube das wird zurückgesetzt ne ok das kann boh maler weg mit dem bro wow my genius is proven again i'm too good for practice i lost you great but it's a final snacks watch yourself yeah i know away i go what what is this an interesting man but your moves are too unique before my dark character ah dark character hmm that means so much coming from some guy cringing show yourself spooky i'm grand my dear of might now show me your awesome power show me all you have Brrrra tut 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 Brrrra tut 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 Brrrra tut 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 Brrrra tut 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 Round 1 Fight! Oh, fuck! Oh, fuck! Bumm Bumm Alter, das ist me- ey, ist mega gut Die beiden Brüder ey Bumm Alter, das ist me- ey, ist mega gut Die beiden Brüder ey Die beiden Brüder ey Bumm bum 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 Ah shit Ah 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 Er macht Dark Karate, okay Hm Ah, komm schon Bumm alter Bumm Unbelievable Weve got all the moves Heh, sorry about that facing chumps like he was fun Youre a piece of work kid D Later, punk. Goodbye, Kayn. To think Grant lost. His power is the real thing? Or maybe... No way! You are kind. Arise, noble subject. Enter the beautiful queen. A joker to the last. You're certainly. You all eat your words. If I'm wrong, that's what was a big place. This place is part of my idol society, I guess. A world of the night, not living is. And all weaklings without my lovey idols shall die. Oh, I'm really scared. A poof with an attitude. I don't need anyone's understanding. You end. Just results. And your spleen. Tja. Finale, Leute. Das wird... Das wird nicht leicht. Inschirmcht, binh. án drawn... Die последacji. Taas Homea ond kijken! Inschuldigung. Inschuldigung. Dao! Diagnance! Boom! Boah, klingt mir denn so kalt? Naja, jetzt kommt die harte Runde. Jetzt kommt die Top. Jetzt kommt Ultra Top. Ah, Arsch. Oh, ist das schwer. Oh, ich hatte ihn fast. Beim ersten Mal. Boy! Ah. Ah. Das war knapp. Ich bin ein junger Mann, aber nicht ganz ähnlich. Ich bin ein junger Mann. Ich bin ein junger Mann, aber ich bin ein junger Mann, aber ich bin ein junger Mann. Ich bin ein junger Mann, aber ich bin ein junger Mann. Come on, Baby. Boah, guckt euch diese Reaktion an. Alles, alles verballert. Scheiße. Immer 22, ey. Boah, guter Mann. Guter Typ, ey. Jetzt kriegt er die volle Dröhnung, ey. Boah. Hat er wieder reagiert, der Typ, ey. Boah. Schwer. Aber wir kriegen das hin. Ich muss da, ich muss da einen gewissen Rhythmus rein kriegen. Und dann wär das schon. Entschuldigung. Boah. Ich komm da nicht ran. Der Typ macht voll die Mauer, ey. Alter! Nee, kommst nicht ran. Kannst vergessen. Der wirft so schnell die krassen Projektile, ey. Das ist der Wahnsinn. Alter, Faller. Komm schon. Was? Das konnte er da auch? Was? Ah. Ah. Man muss ein bisschen mit ihm spielen. Alter, yes! I am beaten! Thanks for this ceremony, a willful life is fine, one last, not what's important. Well, cut it clear, your path of life. Gee, that was really close. When I am spent, I need to crash the few days. He was one for dude, scary, huh? Hey, Dong-Han, huh? Geez, Dong-Han, here! Oh, wow! Talk about cool customers. All this hasn't even faced Dong-Han, the greatest, but he's also my rival. He may be the toughest now, but on day, I'm surprised. You big lazy loser, Hothead. Hothead? Who? Who? Me? Who's Hothead? Jay? Where are you awake? From the rival part. From the rival part. Rival. My. Dong-Dong-Han, calm down, Paul! Hey! Get back here! Runt! Yikes! I was kidding! Dong-Han! I'm sorry! Ah ja, die machen nur Spaß. Ja, und das wär's mit dem Story-Run von Kim Dong-Han. Ja, mir hat's wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, kein R-Hidelein und natürlich Mak-Hokoto-Futaba hat Spaß gemacht. Und das überspringen wir mal. Och! Ja, jetzt nicht so gut, wie wir jetzt mit Kim Jae-Hoon. Game over. Naja, ich würd' sagen, das wär's mit diesem Video. Wenn euch's wieder gefallen hat, dann lasst auch ein Like da und ein Abo, wenn euch nicht nur mein Fat of Fury beziehungsweise King of Fighters Zeug gefällt. Ja. Und ich würd' sagen, wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Garu, Mark of the Wolves. Mit B-Janet. Alles klar. Wir sehen und hören uns. Garu, Mark of the Wolves. Garu, Mark of the Wolves. Garu, Mark of the Wolves. Grau, Mark of the Wolves. Vielen Dank.